Hallo, wir sind hier in der Nähe von Madeleine. Ja, und wir haben schon einmal übernachtet und wir fahren um 3 Uhr zu Paris, aber wir sind um halb 3 Uhr zu Paris und bestimmt sind wir so Abend in Paris. Und sind wir um halb 7 Uhr, und morgen gehen wir zu Disneyland. Und jetzt, wir wollen, was wir machen? Us mal 1st das ist so. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020